Hallo, mein Name ist Jörg Preuß von der MIB GmbH. Unser nagelneues Double-Side-Hanging-Poster in 55 und in 43 Zoll macht es möglich, dass wir auf 2,3 Zentimetern Dicke zwei Bildschirme haben. Eins scheint mit über 700 Kandela raus durch das Schaufenster in die Fußgängerzone, das andere mit 450 Kandela bei Ihnen ins Geschäft. Double-Side-Hanging-Poster bekommen Sie bei uns, MIB GmbH, Sie finden uns unter www.mib-terminal.de oder Sie rufen uns einfach an 0212 6423 3230. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute!